Herzlich Willkommen in die Seiten, die die Welt nicht braucht. Ja, ich bin wieder da, weil ich immer wieder neue Seiten finde, die jeder einmal gesehen haben muss. Und wie ihr wisst, eine Seite, die für mich keinen Sinn macht. Ich zeige euch die neue Seite, die Seite Freude, die Seite eisleduchampoon.com. Ich werde die Link in der Beschreibung posten. Was ist besonders von dieser Seite? Ich kann hier mit der Maus, ich muss mich ganz genau konzentrieren, na komm, ich kann dieses Rad drehen. Ja, wow, wow, macht echt Spaß. Ja, genau. Eine Seite, dass jeder einmal gesehen haben muss, aber nur einmal mehr nicht. Gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin überzeugt, dass ich wieder eine Seite finde, dass keinen Sinn macht. Oh ja, bin sicher, weil Internet ist ein voll Universum ohne Überraschung.